Drei, zwei, eins, Gönn. Moin, Mädels. Moin, Jungs. Mein Name ist Katja de Kalle Kuschinski. Und mit dabei natürlich wieder Hano Blat Papagou. Und ich mal dein Kinderbuch. Und Stelzig. So, und wir sind in der ganz... Alter, Stelzig. Und ich auch. Und ich auch. Ja, wir fangen direkt an. Ne neue Runde Galaktik von... Ab dafür. So, Rainer ins Gehäuse. Starte den Knödel... Knödelding. Knödelding. Okay, was ist das? Okay. Ähm. 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 So. Ähm. Moment mal. Es ist nie mehr. Es ist nie mehr. Äh. Äh. Ah. Äh. Äh. Jungen. Irgendwer kriegt das gleiche und wie sie erhängt. Nice. Äh. 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 Geile Stories. Darin bin ich gut. Das Malen... Irgendwie hab ich da nachgelassen. Das war mal gut. Oder okay. Ich erinn' mich dran, wie wir früher mal gemalt haben. Ich denke mal, das ist okay. Aber jetzt... Mit der Maus ist das auch einfach scheiße. Nein, Mann. Das ist the real deal. Ach du... The real deal. So, was? So. Oh mein Gott. Wer ist er denn? Äh. 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 Alter, was ist das? Okay, warte mal. Wir müssen erstmal hier... Es wird immer besser irgendwie. Ich fühl mich herausgefordert. So, dann ist das ja irgendwie... Ne, das müssen wir anders machen. Okay, so. Du musst ständig Leute malen, die irgendwas fressen oder trinken. Ja, ist es halt. Ne? Ist halt geil. Das ist halt so. Wir haben halt alle grad die orale Phase. Ha! What? Kennst du's nicht, Digga? Bei Babys, die haben immer ne orale Phase. Dann stecken sie sich alles in den Mund. Mhm. So, ich so. So, pass mal auf. So. Ignorieren wir das Thema. Gerade bin ich gut dabei. Also, ich muss ja mal gucken, dass ich das hier auch mit den Augen richtig hinbekommen diesmal. Ich finde, du machst das bis jetzt immer sehr, sehr gut. Danke, Bruder. Also, meine Körper sind halt auch immer Premium. Dein Körper ist auch Premium. Danke. Ich würde ihn gerne mal spüren. Okay, reicht. Ich will das nicht schneiden, Christoph. So. So. Wo sitzt ein Schneeball drauf, Digga? Nein, Digga. Nein, Digga. So. Aber wie male ich ihn jetzt? Ich weiß, ich kenn den nicht so gut. Weißt du, ich hab jetzt kein Foto von dem gekauft, deswegen ist das schwierig. Dann hast du schon meins bekommen. Nein, 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 nein. Machst du einfach so. Scheiße, ich muss jetzt noch alles anmalen. Das wird... Das wird closed. Ich hab grad alles gegeben. Alles gegeben. So. Jetzt will ich eigentlich noch Farben benutzen. Das ist so mein Trick jetzt, ne? Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und jetzt bitte in supuesto. Ach, das chce hin. Ich olave auch gar. Ach, das ist Kling. Ich olle, schxic, descUm, desc TOPIK. Ich o�, schxic... Die beiden letzten Runden jetzt hier ... Die beiden letzten Züge, da hab ich ... Da hab ich alles gegeben. Ach, scheiße. Ja, okay, wir müssen durch. Ey, ich reden sie gar nicht. Also, alter! Was ist das denn? Uuuhuuhuuh! Ich will nicht mehr. Vor allem Gnu. Ich muss schnell googeln, wie man das schreibt. Wie schreibt man das? Aber wer ist er? Wer ist er denn? Alter, was bekomme ich hier von Christoph? Ist das so richtig? I don't know. Go, go, go. Ich hoffe, das passt so. Ja, go. Oh, scheiße. Schon wieder? Alter, warum? Wie macht man das? Oh, Junge. Das macht man doch easy so, oder? Alter. Du musst schon wieder malen, der irgendwas frisst. Das kann doch nicht sein. Also alle sind am Fressen, ne? Ja. Habt ihr vielleicht zufällig grad Hunger oder so? Kann das sein? Ich hab mal Hunger tatsächlich. Aber ich hab nichts mit Fressen geschrieben tatsächlich. Ah doch, hab ich. Ich bin dumm. Ich hab was mit Fressen geschrieben. Ah, voila. So. Dann machen wir den. 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 Fehlt noch die Hauptfigur, ne? Shit. Shit. Here we go again. Oh, nee. Nee. All the singing ladies. All the singing ladies. Also alles, was jetzt entsteht ist halt.. Putsche Papo ab. Oh, 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 oh. Nee. Ich hab nicht genug Platz für.. Scheiße. Wow Okay Weird Flex Ich schaff's Also es ist Obst im Bunker So Ja oder Wir warten schon welche Sag mal stärzig Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe Meine Ich hab irgendwie Aber blau, so dunkels blau magst du Ja doch Ja ich bin ganz gut dabei Also gefällt mir gerade Mir gefällt es mir noch nicht so Machen wir mal das Beste draus Ja irgendwie muss das lang Oder nicht Man müsste es irgendwie Erkennen Okay Geil Ich hab alles gegeben Zeichnung ist mal wieder Premium Muss man auch mal sehen Scheiße So Guck mal Das erkennt Oh lol Das ist Das denn Wer ist das bloß Was So Was soll das denn sein Die Christusbilder haben halt immer ein Background Daran weiß man Ich habe zweimal Christus bekommen Das geht doch gar nicht oder? Nee Oder hat ihr noch wer Background? Ich Aber die waren beide sehr gut gemalt Ich glaube das war beides von Christus Ich bin gespannt was jetzt mal rauskommt Okay Oh mein Gott Nice Okay Oh ich bin richtig gespannt Weil es ist einfach schon wieder richtig dumm Ich glaube das ist eine gute Runde Aber genau Ich fand die auch gut so heute Ich freue mich richtig drauf Das wird nice Alright Erstes Bild Erste Storyline Ja ich habe mir gedacht Dr. Strange aber ein Hängen geblieben gegen Fetter Tor Ich habe nicht erkannt dass es Dr. Strange sein soll Das finde ich gut Ein fetter Tor verkloppt Dracula Thor schlägt mit seinem Hammer richtig nenn Vampir zusammen Guter Satz Aber der fette Tor bei Max sieht nice aus Ja das wirklich gut Dr. Strange eigentlich auch Ich kenne ihn halt nicht leider Dr. Strange so Welche Tor Halt Stopp Aber auch wie der skrupellos Tor einfach so guckt So richtig gelangweilt So yo Ich hau dich jetzt So Mega nice Bei Gnu sieht es aus als würde er eine Pfeife in der Hand halten Jo Erstmal einen Smoken Riefenbomb Alright Nächste Story Kalle ist Deutschlehrer und frisst die Schulklasse Oh das war Kalle Hä Aber warum denn mit Latze? Wieso sieht es nicht bei jedem anders aus? Hendrik frisst Getarns als Lehrer winzige Kinder Kalle zwingt Kinder die Schultafel zu küssen Hä wieso denn echt? Wieso bin ich das? Küsst die Schultafel Junge Ja fressen tut er so nett Also es war für mich klar dass er sie küsst Also ich muss jetzt mal wirklich hier protestieren Können wir uns mal darauf einigen? Ich weiß noch nicht wie ich Kalle meinen soll Ich meine eigentlich immer mit Snapback nach hinten Ja und ich trag die auch seit zwei Folgen Also lass das bitte sein mit dieser Glatze Ich mache mal eine Brille und dann diese kleinen Stoppeln Vor allem der bei Christus auch glatt rasiert richtig Ja Ich hatte keine Zeit mehr So sag ich noch nie aus Ich bin aber deiner Zukunft Aber richtiger Snack bei Papo einfach Und er ist so richtig so lecker in meinem Mund Ja wirklich geil So nice Kalle trägt die neuste Strumpfhose mit Model Slacks Ok da kommt was anderes bei was am Ende Alter Nices Gemächt Nices Gemächt Es hat niemand was von Sack gesagt Und das ist so richtig Ranze Kalle ist eine Edelhose Kalle ist eine Edelhose Alles ist anders von der Farbe Die Achselhagen sind schwarz Der Bart ist braun Aber ich muss sagen Ja ich hab die Farbe nicht wieder ausfindig machen können Du stehst dich auch wieder mit so Stoppeln auf den Kopf nur Ja aber du hast ja auch mit Stoppeln Nein guck mal meinen Kopf an Hier Ich seh dich Kalle Kalle Guck doch das Video Aber die kleinen Titten haben wir beide gemacht Die muss frisch stört sich genüsslich auf Ja ja klar Gnu schiebt sich sterzig richtig genüsslich in den Mund Alter Aber genüsslich kommt durch Genüsslich kommt durch Gnu schiebt sich auf verkrampften Mini sterzig Das Bild von Gnu einfach genau ist das Kaktus Ja das war wirklich wieder Papu Ich hab zweimal Papu bekommen Wie Gnu einfach die Augen richtig schließt und ordentlich genießt Alter Das ist richtig so Oh lecker Schmerzig Aber erst die Füße Und ich bin richtig sauer Alter Junge Lass mich runter Scheiße Oh Danke Alter Die beiden Zeichen sind richtig stark Nein ich hab Verbindung unterbrochen Komm hier Ich kann was machen Einfach Warte nur kurz Vielleicht Warte also ich Also wenn wir ein Safecall wollen Einfach immer Gnu frisst irgendwas Kann ich auch wieder neu rein joinen Dann bin ich wahrscheinlich nicht hier Musst du wohl Kalle das Video gucken Ja ist okay Du bist leider raus Ah jetzt bin ich wieder drin Nice So Hanno sagt Kalle verkauft Döner an König Richard beim Kreuz So und jetzt pass mal auf Okay Zack Aber der Döner spielt das nice oder? Sterzig verkauft Döner an Ritter Ja Sterzig Aha Oh süß Oh süß Oh süß Stärzig verkauft Döner an zwei Ritter Ehre-Alter 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 Voll süß Ja ich glaube man erkennt nicht dass es ich sein soll wegen Brille oder so Also ich muss sagen ich hab keine Identität hier in dieser Gruppe Ja Kalle du brauchst ein Bart Snapback Und die Brille Aber nicht so nach oben gestellt Und ne Brille Ja ne Brille finde ich bei Kalle wichtig und bei Hanno Ja Ich weiß auch gar nicht wie ich mich malen soll weil ich wechsel auch wie so ein Der Chameleon von Monat zu Monat ist krank Geist krank Wie sind denn gerade deine Haare Hanno? Ja Ja gut Ja aber eigentlich Ich hab zumindest die Cap Eigentlich erkennt man dich ja immer an die also du hast ja immer diese Undercap Mit Cap nach vorne aktuell immer Ey aber seit über einem Jahr nicht mehr Ja weil Koronski Ja aber ist doch bei dir auch so Ja true hat er auch wieder recht Gut äh aber ansonsten muss ich sagen können wir nochmal ganz kurz aus Stetik hat abgebaut glaube ich was seine Zeichenkünstler angeht oder? Ach das sieht doch voll süß verspielt aus oder? Hä? Ja also das hier ist Also das ist halt wieder genug und auch selber wieder ne? Über Ast rein Gut ähm Ast rein Schaut gerne nächste Woche wieder bei Hanno vorbei Letzte Folge war gestern bei Papo Und ja Ich wünsch euch ein schönes Wochenende Tschüssi Kowski Adieu Monsieur Bis bald Tschüss Yeah Yay